Google Chrome ist für viele von euch der Zugang zum Internet bzw. Web. Aber ist Google wirklich auf deiner Seite? Da habe ich schlechte Neuigkeiten. Es gibt einige Gründe, die zeigen, warum du Google Chrome nicht benutzen solltest. Sechs davon schauen wir uns im Folgenden an. Warum geht es heute um Google Chrome? Ganz einfach, der Browser hat eine Monopolstellung. Er hat nur wenige Jahre gebraucht, um die zu erreichen. Hier sieht man mal die Browser-Statistiken ab 2009. Das sind hier bloß ein paar Jahre. Ab 2012 ungefähr hatte hier den IE damals ein verbreiteter, bzw. davor sogar der verbreitete Browser, übertroffen. Schauen wir mal in aktuelle Zahlen. Dann nutzen allein in Deutschland über 52% der Web-Server, die hier erfasst wurden, Googles Chrome-Browser. Weltweit sind die Zahlen noch viel höher. Da sind es über 65%. Als ersten Punkt schauen wir uns an, wie Google seine Nutzer mit fragwürdigen Dingen drängt bzw. den Leuten Dinge aufdrängt, die sie gar nicht haben möchten. Damit fällt Google schon seit Jahren auf. Eine Handvoll Beispiele der letzten Jahre zeige ich euch jetzt. 2018 führte Google mit Chrome 69 eine Zwangsverknüpfung von Web-Diensten von Google selber und dem Browser ein. Wer sich bei einem Google-Dienst, wie zum Beispiel Google, YouTube etc. angemeldet hatte, der wurde nicht nur automatisch bei sämtlichen Google-Webseiten angemeldet, sondern auch im Browser von Google. Vielleicht konnte man da aus Versehen seine Passwörter oder den Browser-Verlauf synchronisieren. Auch kritisiert wurde damals, dass beim Löschen von den Browser-Daten die Google-Dienste ausgeschlossen waren. Nach der massiven Kritik roderte Google nur ein kleines bisschen zurück und fügte eine Einstellung dafür ein, wo man das deaktivieren kann. Mindestens fragwürdig ist der 2017 eingebaute Malware-Scanner. Damals baute Google Chrome Cleanup in den Browser ein. Der hat unter Windows regelmäßig den Dokumenteordner vom Nutzer auf vermeintliche Schadsoftware überprüft, aber ohne eben die Anwender vorher zu fragen oder das auch transparent zu verkünden, dass sie das wissen. Noch dreister, das Ganze ließ sich nicht mal abschalten, aus Sicherheitsgründen, wie es von Google heißt. Lange Zeit blieb Google auch dabei. Erst acht Jahre später entschieden sie sich, das Ganze auszubauen, nicht wegen der massiven Kritik, sondern weil das angeblich sein Ziel erreicht habe. Ziemlich fragwürdig, vor allem da diese ganze Antiviren-Branche schon seit Jahrzehnten ziemlich unseriös ist. Das sagen nicht nur ich und mittlerweile viele andere aus der IT, sondern hier sogar ein Antiviren-Hersteller selber, das bereits im Jahr 2008. 2014 folgte ein weiterer großer Hersteller Symantec. Das Kernproblem ist, dass die Antiviren-Programme eine schlechte Erkennungsrate haben, aber zeitgleich auch extrem schlampig programmiert sind. Hier zum Beispiel hat man ständig irgendwelche Hintertüren, die ja auch extrem weitreichend sind, wo ein Antiviren-Scanner erstens auf alles zugreifen kann und unverdächtig ist, wenn der irgendwie mit Dateien hantiert. Ist übrigens auch nicht nur ein Problem mit Drittanbieter-Software. Auch der Viren-Scanner von Microsoft fällt regelmäßig mit schweren Sicherheitsmängeln auf, womit ein Angriff überhaupt erst möglich wurde. Besonders brisant, dafür reicht es, wenn der Viren-Scanner versucht, eine Datei zu scannen, also etwas, das er im Regelfall automatisch tut. Aber zurück zu Google. Die arbeiten weiter kräftig gegen ihre Nutzer und zwar zum Beispiel noch mit der Web Environment Integrity API, kurz VI. Unter dem Vorwand, Manipulationen am Browser erkennen zu können, sollen die Webseiten der Nutzer aussperren. Zum Beispiel, wenn sie einen Werbeblocker haben, das ist also ziemlich umstritten, hat aber Google trotzdem bereits umgesetzt. Zum letzten Beispiel aus dem ersten Punkt, das ist Flock. Damit möchte Google einen Nachfolger für die Cookies anbieten, zum mit Werbung benutzen. Die Cookies sind ja schon seit einer Weile reglementiert, kennt ihr ja diese Cookie-Banner. Jetzt möchte man das Ganze umstellen. Die personalisierte Werbung, die soll im Browser schon geschaltet werden. Der Browser sammelt die Daten, die liegen also nicht mehr bei Google, sondern bei euch, spart sich Google den Speicherplatz. Wird aber trotzdem ziemlich kritisiert, weil das ja nicht das Grundproblem vom Tracking löst, sondern es bloß verlagert. Halten daher viele für eine schlechte Idee. Das betrifft hier auch alle anderen Browser-Hersteller, die haben gesagt, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht. Trotzdem hat Google das Ganze eingebaut. Warum? Weil Google eben die Marktmacht hat. Ich habe es hier eben schon gezeigt. Sie haben eine Monopolstellung. Wenn die irgendwas ausrollen, müssen die keinen fragen. Sie bauen das einfach ein. Dann hat die Mehrheit der Nutzer den Salat so gesehen. Damit ist Google prägend, was Standards angeht. Die anderen tun sich dann schwer, nicht mitzuziehen. Punkt 2. Hast du schon mal für einen Dienst von Google Geld bezahlt? Die Mehrheit von euch tut das nicht. Und trotzdem ist Google eines der mächtigsten und reichsten Unternehmen der Welt mit einem Umsatz von 282,8 Milliarden US-Dollar im Jahre 2022. Woher kommt also all dieses Geld? Nun, ihr seid nicht Kunden, sondern Produkt. Alleine mit Werbeeinnahmen hat der Konzern 79% seines Umsatzes generiert. Es sollte daher wenig überraschen, dass ein Unternehmen, das davon lebt, so viel von euch wie möglich zu erfahren und das so teuer wie möglich zu verkaufen, nicht gerade darauf achtet, dich und deine Daten zu schützen. Wenn du jetzt denkst, naja gut, ich nutze das vielleicht mit anonymen Daten, dann ist das ja nicht mehr ganz so schlimm. Leider weit gefehlt. Das kannst du alles ziemlich gut zurückverfolgen. Plus die Daten werden halt nicht in Anführungsstrichen nur für Werbung benutzt, sondern eben auch für Überwachung durch zum Beispiel Regierungen. Allein eure Suche vertraut dem Unternehmen schon sehr viel an. Hier ein Interview mit dem Google-Chef von 2011. Der hat damals gesagt, ich zitiere, wir wissen wo du bist, wir wissen wo du warst, wir können mehr oder weniger wissen, was du gerade denkst. Das war in einer Zeit, als Google mit seinem Browser noch nicht die marktbeherrschende Stellung hatte. Ihr könnt euch vorstellen, dass das jetzt nochmal wesentlich mehr Daten sind, wenn ihr auch noch dem seinen Browser nutzt. Wer jetzt glaubt, er habe ja nichts zu verbergen, dem sei mal dieser Beitrag hier ans Herz gelegt. Da gibt es eine ganze Reihe an ausführlichen Dokumentationen, die das schon auf den Punkt gebracht haben, warum das ein moderner Mythos oder Irrglaube ist. Wenn man sich damit auch nur grundlegend beschäftigt, dann stellt man relativ schnell fest, wie naiv und falsch diese Einstellung ist. Nein, doch! Der dritte Punkt ist mehr ein technischer. Ihr könnt bei Chrome keine eigenen Proxy-Einstellungen setzen und damit einen Proxy nur in diesem Browser verwenden, weil der immer auf die Einstellungen vom gesamten System zurückgreift. Das finde ich ziemlich unpraktisch. Firefox zum Beispiel kann das, der hat eigene Einstellungen für sich selbst. Bei Google hat man sich das Ganze gespart und zieht bloß die vom System. Ihr habt also weniger Flexibilität. Die zuvor erwähnte Monokultur durch die Marktmacht von Google, die hat auch ihre Folgen, wenn auch eher ein bisschen dezenter, nämlich außerhalb des eigenen Kosmos. Google missbraucht diese Macht, indem zum Beispiel andere Browser ausgeschlossen werden. Hier im App Store, da war man mit Edge unterwegs, der ja mittlerweile auch ein Chrome-intern ist, also ein Chromium. Da kommt jetzt eine Warnmeldung, man soll doch bitte Google Chrome benutzen und nicht den Microsoft-Browser. Auch andere Google-Anwendungen, die werden teilweise exklusiv für den Chrome-Browser entwickelt. Andere Browser funktionieren bloß mit einer Warnmeldung oder eben gar nicht. Gäbe es dort eine Art fairen Wettbewerb, bei dem Google vielleicht bloß 30% Marktanteil hätte, dann könnten sie sich so etwas vermutlich nicht leisten, weil sie damit einen Großteil ihrer Nutzer verlieren. Doch nachdem sie schon weitaus über 60% mit ihrem eigenen Browser abdecken, ist das offensichtlich kein Problem. Noch viel schlimmer ist, dass andere Unternehmen das sehen, was Google da macht und sich denken, das können wir doch auch. Wir entwickeln bloß noch für Chrome, testen das mit Chrome, da gibt es ja auch verschiedene Beispiele, wo dann von denen offen gesagt wird, wir empfehlen Google Chrome. Bei allem anderen, da habt ihr dann einfach Pech gehabt, weil wir das nicht unterstützen, beziehungsweise halt nur wenn es durch Glück oder durch Zufall auch dort funktioniert. Diese Monokultur ist also im Zweifel nicht wirklich für den Nutzer gut, denn der wird dann hier genötigt, irgendwelche Software zu nutzen, die er vielleicht gar nicht nutzen möchte. Vor allem in Zukunft vielleicht auch nicht, wenn die sich schlechter entwickelt. Punkt Nummer 5 ist die Sicherheit. Man muss nicht lange gucken, um zu schauen, wie viele Zero-Day-Schwachstellen in Chrome regelmäßig erkannt werden. Das Jahr 2024 zum Beispiel war nicht mal zwei Wochen alt, bis es schon die erste in Chrome gab. Auch das ist kein Einzelfall. Hier ist dann nicht nur Google Chrome, sondern meistens auch Microsoft Edge betroffen, weil der seit einiger Zeit auch auf Chromium basiert, die Engine, die auch Google Chrome verwendet. Auch die Sandbox hilft da nicht, weil das ganze System anscheinend ziemlich löchrig zu sein scheint, sodass man da ständig irgendwelche Zero-Day-Schwachstellen über Dritte mitbekommt, die auch aktiv ausgenutzt werden. Natürlich ist es schwer, alleine dadurch die Sicherheit oder Unsicherheit eines Browsers zu erkennen, aber wir sind hier mittlerweile bei einer Rekord-Aufholjagd von Chrome oder eher einem Negativ-Rekord. Hier zum dritten Mal innerhalb einer Woche haben wir da Zero-Day-Schwachstellen in einem Browser. Das ist dann schon eine Dimension, wo man sagen muss, also da kann systematisch was nicht mehr passen, wenn das Ganze sich so extrem häuft. Das ist fatal! Zum Schluss noch die simple Präferenz für quelloffene Software, also Open-Source-Programme, wo man in den Quellcode frei reingucken kann. Zwar ist hier ein Teil bei Google Chrome Open-Source, denn der basiert ja auf dem offenen Chromium-Projekt, aber es gibt eben in Google Chrome noch eine ganze Reihe an proprietären Bestandteilen obendrauf, die nicht Open-Source sind. Wer die Philosophie von quelloffener Software mag, der bevorzugt wahrscheinlich eher einen alternativen Browser, der komplett quelloffen ist. Im Grunde bleibt dann nur noch Firefox, weil das der einzige unabhängige Browser ist, der übrig geblieben ist und plattformübergreifend überall läuft. Alle anderen sind über die Jahre entweder zu Chromium gewechselt und damit ein Chrome mit anderer Oberfläche im Kern oder sogar komplett von der Bildfläche verschwunden. Nun bist du dran, schreib gerne auf uLabs.de ins Forum oder in die Kommentare, welchen Browser oder welche Browser, wenn du mehrere hast, du verwendest und warum. Ich verabschiede mich von euch, tschüss, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.